Seit dem letzten Video zu Thüringen sind zwei neue Umfrageergebnisse reingekommen und so wird es höchste Zeit, dass wir uns mal wieder den aktuellen Stand der Umfrageergebnisse anschauen. Der Stand der Dinge für dieses Video ist der gestrige Dienstag, also der 20. August 2024 und seit dem letzten Video sind das Ergebnis von Insa vom 13.8. und das Ergebnis von Forza vom 20.8. reingekommen. Und wir wollen uns in diesem Video mal anschauen, wie die aktuellen Schnittwerte aussehen, wenn man hier alle vier Umfrageergebnisse aus dem August nimmt und mal den Schnittwert berechnet. Und dann schauen wir natürlich auch auf eine Sitzverteilungsprognose und auf die möglichen Koalitionsoptionen. Also fangen wir mal an und schauen uns die jüngsten Umfrageergebnisse an. Schauen wir vor allen Dingen zunächst mal auf Insa und Forza, denn die habe ich ja noch gar nicht vorgestellt. Bei Insa und Forza ist es so, dass, was Rang 1 betrifft, es eine ziemlich klare Sache ist. Die AfD liegt bei beiden Umfrageergebnissen bei 30% und hat 9% Punkte Forschung auf die CDU, die auf Rang 2 folgt. Das heißt, momentan sieht es so aus, als würde die AfD einen relativ ungefährdeten ersten Platz erzielen. Wenn wir dann bei Insa und Forza weiterschauen, dann sehen wir, dass hinter der CDU jeweils das Bündnis Sarabagenknecht folgt. Bei Insa sind es 19%, bei Forza sind es 18%. In beiden Fällen ist es eben Rang 3. Die Linke kommt auf Rang 4, bei Insa sind es 16%, bei Forza 13%. Und dann auch noch im Landtag vertreten ist laut Insa und Forza die SPD mit, ja, bei Insa 6% und bei Forza 7%. Dagegen sieht es doch so aus, als würden die Grünen in Thüringen den Schwung über die 5%-Hürde nicht schaffen. Die FDP scheint auch aus dem Landtag rauszufliegen und sonstige Parteien spielen, zumindest was die 5%-Hürde betrifft, keine Rolle. Wenn wir jetzt auf die Schnittwerte blicken, dann sehen wir, dass die AfD insgesamt auf 29,4% kommt und damit 6%-Punkte über dem Ergebnis von 2019 liegt. Das heißt, die AfD wird die Wahl, so wie es aussieht, nicht nur auf Rang 1 beenden, sondern auch klare Zugewinne einfahren. Die CDU dagegen, das ist so ähnlich wie in Sachsen, die kommt in etwa auf dem Niveau von 2019. Und ehrlich gesagt war 2019 für die CDU keine gute Wahl, denn damals hatte man das mit Abstand schlechteste Ergebnis in der Geschichte in Thüringen eingefahren. Und ja, 2024 droht der CDU eine Wiederholung des Einfahrens eines schlechtesten Ergebnisses in Thüringen. Also die Gefahr ist da nicht gebannt und selbst wenn die CDU ein bisschen besser werden würde als 2019, ist das kein so berauschendes Ergebnis. Denn das bis dato zweitschlechteste Ergebnis der CDU stammt aus dem Jahr 2009 und das waren 31,2% und das wird man aller Voraussicht nach doch deutlich unterbieten. Das BSW kommt im Schnitt auf 18,8%, kann also aus dem Stand heraus einen ziemlich starken dritten Rang einfahren. Die Linke dagegen wird katastrophal abstürzen aus ihrer Sicht und mehr als ein Halbieren ist sogar möglich. 14,9% sind es im Schnitt. Die SPD fällt im Vergleich zu 2019, kommt auf einen neuen historischen Tiefstand mit im Schnitt 6,1%. Ja und Grüne und FDP, das habe ich ja eben schon gesagt, scheiden aus dem Landtag aus, so wie es aussieht. So, schauen wir jetzt mal auf die Gewinne und die Verluste im Vergleich zur letzten Landtagswahl im Detail. Es gibt, wie auch in Sachsen, nur zwei Parteien, die im positiven Bereich sind. Es sind auch die gleichen Parteien wie in Sachsen, nämlich das BSW und die AfD. Das BSW hat ein Plus von 18,8 Prozentpunkten, da stehen die AfD eines von 6,0 Prozentpunkten. Die CDU hält im Prinzip das Niveau, auch das erinnert an Sachsen und ja, SPD, Grüne, die Sonstigen und die Linke liegen im negativen Bereich. Auch das, wenn ihr das Video zu Sachsen gesehen habt, deckt sich ja eigentlich mit dem, was ich da schon vorgestellt habe. Schauen wir jetzt mal auf die Sitzverteilungsprognose und die Koalitionsoptionen. Es gibt regulär 88 Sitze im Landtag von Thüringen, 45 sind demzufolge für die absolute Mehrheit nötig. Die Linke kommt auf noch 14 Mandate, das BSW auf 18, die SPD auf 6. Dann haben wir die CDU bei 21 Sitzen und die AfD bei 29. Und wenn wir jetzt auf die Koalitionsoptionen blicken, dann können wir erst einmal festhalten, dass die aktuell amtierende Regierungskoalition so gar nicht mehr eingegangen werden kann, weil die Grünen nicht mehr im Landtag vertreten sind. Aktuell ist es ja sowieso eine Minderheitsregierung, aber die Grünen würden es Stand jetzt nicht in den Landtag schaffen. Das heißt, Linke, SPD und Grüne könnten in dieser Form eben nicht zusammenarbeiten, selbst als Minderheitsregierung. Das heißt, Linke und SPD blieben da übrig, die kommen zusammen auf 20 Mandate und das ist weit entfernt von einer absoluten Mehrheit. Das heißt, es wird aller Voraussicht nach zu einem Regierungswechsel, zu einem deutlichen Regierungswechsel in Thüringen kommen. Und da bleibt aktuell nur ein Bündnis übrig, das ja durchaus realistisch erscheint und über eine absolute Mehrheit verfügen könnte. Das ist auch noch nicht ganz sicher. BSW, SPD und CDU könnten unter CDU-Führung zusammenfinden und man hat da zusammen aktuell 45 Sitze, genau die Mindestzahl, die man für die absolute Mehrheit bräuchte. Also es ist nicht gesagt, dass es am Ende für die drei Parteien auch reichen wird, aber unter den Umständen, wie wir sie hier sehen, wäre das das einzige Bündnis, was irgendwie realistisch erscheint und über eine absolute Mehrheit verfügt. Das Bündnis würde dann von Mario Vogt geführt werden, von der CDU. Und ja, das ist eigentlich die einzige Option, die man hat, außer man ist dann weiterhin in einer Patz-Situation und muss es irgendwie über eine Minderheitsregierung versuchen. Man könnte natürlich auch darüber nachdenken, Linke, BSW und SPD zusammenzutun und sie als Minderheitsregierung regieren zu lassen. Aber da werden wahrscheinlich CDU und auch die AfD nichts im Sinne einer Unterstützung unternehmen. Das heißt, wenn geht hier höchstens was über BSW, SPD und CDU, wie es scheint. Sollte, was aktuell eher unwahrscheinlich ist, die SPD doch an der 5-Prozent-Hürde scheitern, dann könnte die Situation in Thüringen noch komplizierter werden. Denn dann reicht es noch nicht mal mehr für CDU und BSW, die kommen auf 42 Sitze. Und folglich bräuchte man dann irgendwie noch die Linke, um quasi über eine absolute Mehrheit zu verfügen. Und das wird dann noch schwieriger, glaube ich, als die Variante, die wir hier sehen. Denn eigentlich gibt es ja auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, nicht mit der Linken zu koalieren. Das also könnte dann sehr, sehr kompliziert werden in dem Fall, wenn die SPD auch nicht in den Landtag einziehen würde. Momentan sieht es aber so aus, als würde die SPD es ja schaffen. Und wir hätten diese Konstellation, die wir hier sehen. Und demzufolge scheint nur das Bündnis BSW, SPD und CDU aktuell so etwas wie die Lösung zu sein für die Paz-Situation, in die man sonst geraten würde. Tja, und das soll es zu diesem Video gewesen sein. Tja, und das soll es zu diesem Video gewesen sein.